Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir Minecraft und wenn ich wir sage, spiele ich mir zu viel. Hallo? Ja? Alles klar. Jedes Mal, wenn wir anfangen, ist das so. Aber egal. Ich freue mich schon irgendwie voll auf die Runde. Also wir werden auf jeden Fall so ein kleines Baubattle machen gegen andere Spieler als Team. Als größere Erklärung, weil ich das noch nicht erzählt habe, was wir überhaupt machen in dem Video. Mal schauen, wie gut wir bauen können. Sie sehen heute aber hübsch aus. Danke. Ja, ich meine bloß dein Skin nicht dich in rechts. Nein, Spaß. Ähm, was wollen wir in dem Zelt? Oh, ich nehme Wasser vor. Ja, alles klar. Tintenfisch. Ich hasse Oktopusse. Weißt du, zu machen. Nicht im echten Leben, aber ja, warum? Unser Spezialgebiet. Ja, ey, jedes Mal. Immer wenn wir Oktopus haben. Oktopus ist blau, ne? Ja. Ne, war der nicht rot? Ich meine blau. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ist ein Oktopus blau oder rot? Weil ich glaube, der war rot. Bist du dir ja ganz sicher? Ey, andere Leute, die bauen schon längst. Wie hier war, war der Oktopus. Oh, das ist so geil. Ja, egal. Ich mach einfach. Du machst rot, ich mach blau. Wird schon passen. Oktopus war doch der mit den Tentakel, oder? Ja. Der war doch immer rot. Ich könnte schwören, der war rot. Hm. Ich frag mich gerade ernsthaft, ob ein Oktopus zu der Quale gehört. Eigentlich vielleicht schon, oder? Keine. Er sieht so kacke aus. Ach nee, so schlimm sieht er nicht aus. Nee, gar nicht. Nein. Du kannst gut was machen. Du bist gut in allem, was du kannst. Also fast allem. Ich will es nicht gleich übertreiben, aber ja. Wow. Ey, ich hab noch drei Minuten und mein Oktopus sieht aus, wie als wäre er nach einer Müllgrube gekommen. Einfach traurig. Ey, wir werden so safe verlieren. Also, ich seh das jetzt schon. Ja, gut. Du mit deinem schönen Oktopus. Da werden wir vielleicht gewinnen, aber jetzt regnet es auch noch. Ich hab das Regen gemacht. Ach komm. Immer, immer du. Ach ja, mach doch Schnee an. Ja, läuft doch. Ist ja eh Weihnachten. Also fast bald. Bin kurz im Überlegen, wo ich am besten die Augen hinmache. Sieht so komisch aus, dass sie hier machen. Och, komisch würde ich das Ganze jetzt nicht so unbedingt bezeichnen. Neck würde ich mir das Ganze schon eher treffen. Sophie, wenn du ein was machst, ich wäre zu dir nach Hause gekommen. Boah, das ist eigentlich voll gut. Hier, rot. Ganz schlecht. Ich hab alles schlecht gemacht. Und der ist sogar besser. Guck, ich sag ja rot. Alles rot. Alles rot. Was von wegen blau? Der ist rot. Der muss rot. Oh mein Gott. Okay, orange finde ich auch noch als rot durchgehen lassen. Weil es gehört nämlich zu rot. Und weh, es gibt da jemanden, der mich korrigiert in den Kommentaren. Dann komm ich. Ja ey, weh, du ey, dann komm ich zu dir nach Hause und dann lass ich die Sau raus. Oh, genau. Hier, hundertprozentig hat der das gerade gebaut. Och, guck mal, hier sind wir. Hier. Legende. Legenden, wir sagen, ich hab's gut gemacht. Niemand schreibt so bad. Niemand schreibt so einfach schlimm zu uns. Ach, so schlimm sieht das noch gar nicht bei uns aus. Aber der hier, ich sag, er sieht gut aus, aber ich tue trotzdem schlecht bewerten, weil, ja, ich möchte gewinnen. Alles schlecht, auch wenn das Ding gut aussieht. Ja, ich weiß, es sieht gut aus, aber ja, wir müssen schlecht bewerten. Wir waren? Achterplatz. Achterplatz. Von zehn Teams. Heutriger Rekord soll dreier Teams werden. Also, unter den letzten drei. Wo bist du? Wer ist das hier? Das sieht genauso aus wie du. Also, so ähnlich. Ja, auch so ähnliche Frisur. Ja, ne, du, wie sieht's schon hübscher aus. Muss ich sagen, du hast einen guten Minecraft-Skin. Wenn ich mir überlegt, der hier zum Beispiel mit der Ente. Hm, naja, also, da müsste man noch was machen. Was nehmen wir? Geist, Atom, Glocke, Wahl, Fußball. Bell. Glocke, ernst. Glocke einfach. Wie sieht eine Glocke aus? Hier, warte. Ich glaube, man hatte irgendwo einen. Ich weiß gar nicht, ob man die platzieren kann. Doch, ich glaube, man hat die platzieren kann. Ey, wenn man die platzieren kann, mega. Oh, schade. Ich will gerade überlegen, wie man eine Glocke macht. Okay, ich weiß jetzt, wie. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Okay. Ich glaube, es ist eine Ahnung. Muss ich erst mal hochbauen. Sophia, deine Ahnung. Jetzt sehen wir gerade ein Mädchen, was Ahnung hat. Hm, hm. Ja, wird schon irgendwie passen. Komm, wir machen eine goldene Glocke. Okay. Wird schon gut aussehen. Hier seht ihr ein Mädchen, was verzweifelt ist. Ja, ich bin jetzt verzweifelt. Eins zur Seite, zwei runter, glaube ich. Ich bin gerade überlegen, wie du eine Glocke machst. Aber ja, ergibt Sinn. Okay. Wir dürfen dieses Bimbelding unten dran nicht vergessen, was so ein Stück unten rausschaut. Na, das ist so weit unten. Ach so, doch. Nee, passt. Und jetzt? Glaube ich zu, oder? Ja. Mach schon mal das Bimbelding da. Ich füll das kurz aus. Okay. Ich suche eine extra schöne schwarze Farbe raus. Kohle wird da schon reichen, oder? Es sieht irgendwie nicht so gut aus. Was? Du hast nicht ausgefüllt, war es besser aus. Ja, warte, ich muss unten das Ding wegmachen. So. Das sieht doch aus wie eine Glocke, oder? Ja, die machen noch hier. Eins hoch, oder? Ja, mach noch eins oben hin. Ja, oben, ich... Ah, nee, warte mal. Ja, mach oben, mach die Reihe fertig, mach die Reihe fertig, doch. Nee, passt. Aber es muss oben spitz zu gehen. So. Ja. Jetzt sieht's gut aus. Es edelt einer Glocke. Ja, wie schlau. Aber ich weiß nicht, unten? Nee, mach unten nicht. Mach nur an der Seite vielleicht erst mal. Mach das dann unten weg. Ich bin gar nicht überlegen, wie es unten mit aussieht. Nee, mach unten, muss aus sein. Sonst sieht's Mist aus. Nee, mach unten auch noch hin. Ja, doch. Also vom optischen her, es sieht aus wie eine Glocke. Ja. Ich mach an der Seite jetzt hier noch so einen Mast hin. Ja, würdest du das dann hier mehr so machen und so weiter und dann gehen wir nach unten? Äh? Ach so, stimmt. So, oder wie? Stimmt, du hast recht, ja, ja, doch. Mach's so kompliziert. Aber mach vielleicht einen stärkeren Masten, weil bei so einer Glocke... Oder mach vielleicht links und rechts einen Masten hin. Dann ist es optimal einwandfrei. Leute, schreibt jetzt mal in die Kommentare, wie gut ich gebaut habe. Ja. Das sieht auch optimal aus. Also wenn wir nicht gewinnen, dann war ich auch nicht mehr weiter. Eben. Ich mach mal alles hier schlecht. Ähm, ernsthaft. Thema war gelockt. Mach ich mal schlecht. Hm, hm, griff. Vielleicht ist das auch fell. Also ich weiß nicht, entweder sind wir zu blöd in Englisch gewesen oder die. Nein, ich hab ja hier alles auf Deutsch. Ach, ach, die Magda... Jetzt weiß ich warum. Ich dachte, du war meine Güte, du bist so gut in Englisch, hab ich mir gedacht. Dein Ernst? Kann doch nicht sein. Ich hab wirklich eh mal gedacht, du bist so gut in Englisch. Das erklärt so einiges. Oh, wir. Ey, die haben hier alle rot in der Hand. Wo haben die rot? Ja. Ja. Oha. Oh, das ist zwar gut, aber ich hab trotzdem rot genommen. Auch wenn es einwandfrei aussieht, ich will trotzdem gewinnen. Was ist das hier? Ah, ja, gut. Sieht auch nicht schlecht aus, aber trotzdem rot. Sieht irgendwie schlecht aus. Ähm. Ja, wie sieht denn das aus? Das sieht aus, als wäre da was reingefallen ins Haus. Eine Kirche soll das sein. Ja, gut. Aber es sieht immer schlecht aus. Hey, wir haben gewonnen. Ne, doch. Ne. Hä, hat er immer gewonnen. Ey, warte mal. Der Spongebob. Mir ist ein vierter Platz. Ja gut, wenigstens vierter. Aber der Spongebob hat gewonnen. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Bei der Glocke hat Spongebob gewonnen. Ey, wie ist das lost? Letzte Runde für heute. Also für die Aufnahme auf jeden Fall. Ich will nicht ein Stundenvideo schneiden. Ich nehm Boot. Oh scheiße, die meisten sind für Boot. Ne, jetzt für Flagge. Hä? Lasst euch dann Flagge machen. Ja. Kannst du die Nationalhymne von Deutschland? Konnte ich mal, weil wir die früher auswendig lernen mussten. Echt? Du auch? Das steht im Lernplatz. Redet das halt einfach wirklich so, Leute. Wer muss die auch lernen? Einigkeit und rechte Freiheit. Rot, schwarz, weiß, ne? Ähm, wiederholt das bitte mal kurz. Grün, schwarz? Hast du gerade dich einfach weiß gesagt? Nein. Was denkst du denn von mir? Wie seh ich aus? Blott. So. Wir sind schwarz und gelb, meinst du. Wir sind schwarz und gelb. Gold. Wir sind gold. Deutschland ist gold. Gold. Mein, glaub gar nicht, dass du in Deutschland wohnst. Also schwarz und gold. Warum machst du einen schwarzen Masten? Ja, warte doch mal. Das mach ich jetzt. Wenn die Frau es nicht kann, muss der Mann nachhelfen. Maschallah, läuft doch. Wohl, warte mal. Wir machen das da zwei hier rein. Eigentlich würde mich das wirklich mal interessieren, warum wir Vaterland heißen und nicht Mutterland. Ich glaube wegen früher, weil früher Männer arbeiten gehen sollten und die Frauen putzen. Nein, oder? Ich hab grad voll die geile Idee. Was ist das? Ne 3D-Flagge. Ne, dass sie sich so, dass sie fliegt so. Du meinst, die im Wind weht. Ja, naja, mein ich ja. Ich würde zwei hier rein irgendwie nehmen. Du hast noch vier Minuten. Sieht prima aus, was ich gebaut habe. Ja, ne? Ich mach einen anderen Masten da hin. Ja, mach das. Was ist das, was du hier baust? Ich mach jetzt hier irgendwas. Ich krieg Aggression. Sophie, was ist das hier? Ah ja, ich, also, ist zwar schön, wunderschön, aber, ja, oh. Hier Westes, ne? Westes, genau. Leute, hier. Ey, wir lesen alle das Schild. Wir leben in Germany. Ja, Leute, wir leben alle hier an der deutschen Flanke. Ich hab geschrieben, wir leben in Deutsch. Ich bin so dumm, ne? Stimmt, Germany. Du hast Germany nie vergessen. Du hast German nur geschrieben, stimmt. Und ich bin so böse, das lebt doch falsch. Egal, wir sind beide die besten in Englisch. Oh, klasse. Ich hoffe, meine Englischlehrerin sieht das nicht. Das ist Russland, oder? Sophie? Erdkundes nicht einfach, oder? Ähm. Was ist das hier? Das ist Frankreich. Nein, Frankreich. Nein, Frankreich. Das hast du doch vorher. Englischlehrerin. Äh, das ist Liverpool. Ne, das ist Brasilien, glaube ich, Brasilien. Könnte sein, was passieren ist? Mir bin ich ganz sicher. Ich weiß nicht. Das ist, keine Ahnung. Gibt's die Flagge überhaupt? Ne, bestimmt. Ah ja, gut, die haben gewonnen, weil die alles gemacht haben, okay. Welche Teams sind wir? Wir sind neunter von zwölf. Ja, gut, wir sind neunter. Ja, sind hier alles die ganzen Engländer, die kein Deutschland mögen. Auf jeden Fall, Leute, ich hätte gesagt, ich beende die Folge jetzt. Ich habe auf jeden Fall heute exzellent gebaut. Ja, du hast schön zugeschaut und ja. Soll ich irgendwas bei dir verlinken? Auf welchem Social Media Account bist du inaktiver? Auf TikTok oder auf YouTube? Äh, YouTube. Mein Spiel ist grad abgestürzt. Okay, ja, gut, ja, das ergibt Sinn, ja. Warum ist mein Spiel abgestürzt? Was ist mit meinem Spiel los? Alles klar. Ich mach die Abmoderation noch, weil ich lass wahrscheinlich etwas im Hintergrund brauchen. Wer auf jeden Fall Bock hat auf Teil 2, der kann auf jeden Fall nen Like da lassen. Vergesst nicht zu abonnieren, Glocke aktivieren, ganz wichtig, schaut bald so viel vorbei. Ja, Leute, wir sehen uns zum nächsten Livestream oder beim nächsten Video und ja, haut rein. Ciao, ActionWolf und ja, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.